Musik Ich begrüße Sie recht herzlich zum Programm des Oder-Spree-Fernsehens. Gleich geht es los mit den Meldungen des Tages, aber noch hier zum Programm Hinweis, denn heute gibt es natürlich auch wieder unsere Jugendsendung BabelgammTV. Viele Informationen und natürlich auch noch der Hinweis auf unsere Online-Seite osftv.de. Da können Sie dann alles nochmal nachsehen, nachhören und nachlesen. So war das einmal diese Hinweise. Jetzt gibt es die Meldung des Tages.